Und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Star Wars Ihhh, die von Order, Entschuldigung Oh, danke, Hosen Hier durch, das spüre ich Wir sind fast draußen, ich verspreche's Oh nein Oh nein Was? Was? Achso Vertraue mich Hoch, hoch Das ist das. Geh, Geh. Nein, 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 nein. Nein! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Das ist gut. Das ist gut. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leib wohl. Alter Freund. Du hast für mich... ...deine Erinnerung riskiert. Wuuu. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's ne Chance. Wuuu. Es gibt immer ne Chance. Komm schon. Ziel erreicht. Bewege um die Farbe zu wechseln. Ich würde gern blau machen, glaube ich. Ich würde gern blau machen, glaube ich. Das hier. Mal. Scheiße. Ja. Pause. Bildschirm. Wir müssen uns knowe. Du bist frei. Es gibt nichts mehr. Augen. Aber mir geht es dir. Ja, Mann. licht wird anpassen machen wir hier sind sind wir haben ja einiges gefunden ja auch nicht so viel aber du kannst immer noch die farbe tauschen kräfte das auch lassen das sieht besser ja lassen wir mal so ok Und was steht jetzt da? Bedenke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Kristallfund, genau. Ja, Elum ist schon ein starker Ort für Jedi. Jedi, krass, dann müssen wir hier lang, ah ein Speicherpunkt, das passt ja nicht ganz gut, weil dann geht es in der nächsten Folge weiter und dann werden wir die Höhlen verlassen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende dieses Let's Plays. Ich habe so die Vorahnen und inzwischen schon ziemlich lange, wir hatten viele Sachen und so. Aber wie gesagt, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns an der kommenden Folge wieder. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch jetzt bis zum Ende, denn ich bin sehr gespannt, was am Ende passieren wird. Bis dahin, Charme und Fahrer und möge die Macht mit euch sein.